Wir waren im ersten Halbzeit sehr orientiert und wir haben sofort ein gutes Resultat bekommen. 2-0 wir haben gehabt und dann am Ende und auf einmal waren wir sofort zu viel wieder zurück orientiert. Mehr Bälle zurück die nach vorne und dann war sofort ein straf 2-1. Sehr schwer ich verstanden was wir verstehen was war in der zweiten Halbzeit. Wir haben gar nichts gewählt und wir haben noch im dritten Tor gemacht. Aber im Zweikampf, im Duellen, wir waren ganz anders als in der ersten Halbzeit. Und dieser Tor als Standard-Situation ist wieder eine Entscheidung. Und am Ende ist wieder eine Niederlage mit einem Tor. Differenz wie auf jedes Spiel jetzt am Ende. Für uns fährt es sehr schwer, aber wir müssen sofort wieder auf das nächste Spiel orientieren. Wir müssen wieder unterwegs suchen. Die Hollow gerade! Wir müssen wiederholen, ab und zum Glück. Wir müssen wiederholen, um den Tor eine Maschine. Wir müssen wiederholen, um das ein bis zu vieles Spiel aus.